Ihr habt doch keine Lust, mich hier von einer Kamera terrorisieren zu lassen. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblings-Podcast. Die DAW-Versteher melden sich hier aus dem Garten Eden der Audiolust. Die Regie A hier im Storia-Mastering-Studio hat wieder Quarkmältchen und Kaffee für uns bereit. Und an meiner Seite, wie immer, frisch und gut gelaunt, der Magier unter dem Maastricht-Ingenier ist Björn, die goldenen Ohren von Holtwig. Schlüter, Applaus! Wunderschön! Es ist jedes Mal eine Wonne für mich, diesem Herrn zuzuhören bei deiner Anmoderation. Also ich hole mir mein Selbstbewusstsein für zwei Wochen immer bei dieser Podcast-Aufzeichnung ab. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass du eingeschaltet hast. Und natürlich, dass dieser charmante junge Herr hier wieder den Weg auf sich genommen hat, um heute hier zu sein. Jonas Wagner. Er ist es wirklich. Ja, in persona. Und tatsächlich war der Weg hierher gar nicht so einfach. Denn dieses Wochenende ist ja Pfingstwochenende. Und in meiner Heimatstadt Coesfeld ist dann die klassische Pfingstkirmes. Die Pfingstwoche ist da drin. Ja, die Pfingstwoche ist auf dem Ring und die Pfingstkirmes ist mitten im Dorf. Mit anderen Worten, ich wollte zu dir, also ich wollte zu dir und musste dann Umwege fahren, drumrum, weil die Stadt gesperrt war. Und dann kam ich nicht bei meinem Stammdealer vorbei, um die Quarkbällchen zu kaufen. Und dann habe ich die Quarkbällchen hier in Holtwig gekauft. Und die Dame wollte mir für acht Quarkbällchen 16 Euro abnehmen. Also hochtalentiert, die Dame an der Kasse. Das ist einfach, weil das Pro-Kopf-Einkommen in Holtwig so dermaßen hoch ist, haben wir hier ein ganz anderes Produkt. Dass sie einfach nicht in der Lage war, vier Quarkbällchen für zwei Euro abzurechnen, beziehungsweise acht für vier, sondern einfach gedacht hat, die Kosten, was steht da? Zwei Euro, ja, acht Stück, macht 16 Euro. Du musst das anders sehen, das ist wie eine Textaufgabe. Wenn vier Quarkbällchen zwei Euro kosten, was kosten dann acht Quarkbällchen? Ja, 16. Ja, so. Das ist ja vier mal vier. Das ist doch das vier mal vier der Bäckerei-Fachverkäuferin. Der Pippi Langschrumpf, der Bäckerei-Fachverkäufer innen. Ja, innen und ich hab mich bei innen, bin ich ganz spannend, irgendwie, ich hab mich mal gefragt, wenn sich die Innenminister innen treffen. Ja, okay. Ist das das Innenminister innen treffen? Ja, schätze ich schon. Oder außen? Okay, wir werden das wahrscheinlich nicht auflösen. Was wir aber auflesen können ist, wir haben letzte Woche die Frage, letzte Woche, vor zwei Wochen die Frage gestellt nach der Audioqualität hier von unserem Podcast. Und vielen Dank erstmal für alle Leute, die drunter geschrieben haben und nette Worte geschrieben haben, dass euch die Audioqualität von diesem Podcast gefällt. Ich habe das nichtsdestotrotz mal zum Anlass genommen, einfach mal, wir sprechen ja immer von Referenzhören, haben wir letztes Mal ja auch wieder gesprochen, von Referenzhören. Und ehrlich gesagt, ich hab noch nie nach links und rechts geguckt beim Podcast. Ich hab einfach laut gemacht und gut, so. Und dann habe ich das jetzt aber doch mal zum Anlass genommen, weil ich habe eine Zuschrift bekommen von einem sehr netten Podcast-Kollegen, bin darüber über einen großartigen Podcast gestolpert, über einen Filmpodcast. Und der schrieb mir, dass die Audioqualität ihm zwar gut gefällt, dass er aber nicht mehr als zwei Folgen am Stuck hören kann, weil ihn das stresst. Und dann habe ich überlegt, hm, was stresst ihn denn jetzt eigentlich genau? Was könnte das sein? Also wir wissen ja, dass ich hier eine ganze Menge Kompression drauf habe und so weiter. Und dann habe ich mal geguckt, erstmal bei anderen Podcasts, ich habe geguckt bei Betreutes Fühlen, bei Gemischtes Hack, was habe ich noch, noch irgendeinen habe ich rausgesucht und habe dann einfach mal die erstmal in RX reingeladen und habe erstmal in den Statistiken geguckt, okay, alles klar, welche Lautes Range haben die eigentlich, wie laut sind die insgesamt und habe dann auch mal auf den Klang gehört. Also, Fazit, Betreutes Fühlen, gut, mit, ich glaube, um 15 LUFS-I auf die Folge gerechnet, also das scheint so der Level zu sein, den habe ich überall gefunden, fast überall gefunden. Beschissenste Soundqualität, Gemischtes Hack, wird aber auf einer Bühne aufgenommen, ist nochmal eine andere Situation und ist auch deutlich leiser als die anderen, fand ich, also nicht fand ich, sondern habe ich gemessen. Gemischtes Hack wird auf der Bühne aufgenommen? Nee. Also zumindest Klang, die du gemacht hast, aber vielleicht die Folge, die ich gehört habe oder so, keine Ahnung. Ansonsten nehmen die beiden, glaube ich, fast immer remote auf, also dass die irgendwo hocken und dann... Okay, das Klang auf jeden Fall, also es war deutlich leiser und die Klangqualität hat mir persönlich nicht zugesagt von Gemischtes Hack, aber Inhalt vor Aussehen heißt es ja, deswegen ist ja erfolgreich, will ich mich gar nicht drüber erheben, habe auch nicht weiter reingehört. Der erfolgreichste sogar. Ja, genau. Ja, ich höre ihn halt nicht. So, ich habe aber geguckt, ich wollte wissen, wie laut der erfolgreichste ist auf jeden Fall und habe dann aber festgestellt, dass die Podcasts alle eine Lautness Range von ungefähr fünf Lautness Units haben, so gemessen über den Podcast. Das scheint so der Maßstab zu sein. Wir hatten zwei. Und vielleicht ist das der Punkt tatsächlich, dass ich die Lautness Range insgesamt, dass wir einfach insgesamt zu statisch im Level sind, egal ob wir laut oder leise sprechen. Mir ist natürlich immer wichtig, dass man, was du auch schon gesagt hast, dass wir gut zu hören sind, auch wenn ich irgendwie in einer lauten Umgebung bin, in der Bahn, keinen guten Kopfhörer. Ja, haben ja auch viele geschrieben, beim Sport oder sowas auch. Aber das als kleine Ansage auch an die Community, an die Familie, die uns hier zuschaut. Ich werde die Lautness Range jetzt mal versuchen, auf fünf Lautness Units zu erhöhen und dann gucken wir mal, was das so macht. Ich glaube nicht, dass das so dramatisch sein wird, dass es aber vielleicht insgesamt das Hörerlebnis so ein bisschen entspannen wird. Das wird dann entweder in dieser oder spätestens in der nächsten Folge stattfinden. In dieser weiß ich es noch nicht genau, weil ich diese Folge ein bisschen auf der Rasierklinge schneiden und fertig machen muss, weil ich nämlich genau nach der Aufzeichnung jetzt gleich schon nach Berlin fahre. Das ist nämlich die Superboost. Und traditionell bin ich jetzt zum dritten Mal dann auf der Superboost. Ab drei Mal ist es eine Tradition. Und traditionell ist da auch gutes Wetter. Also ich weiß gar nicht, was sie da haben in Berlin, aber immer wenn ich da hinfahre, zu Superboost, ist da Bombenwetter. Und ich freue mich drauf, weil tatsächlich, ich habe es ja letztes Mal schon im Nachbericht erzählt, dass da eine junge Dame aufgelegt hat, Tune Girl. Tune Girl ist ja Anfang 60, glaube ich, oder so. Und Tune Girl liegt auch wieder auf der Superboost. Auf der Aftershow-Party? Auf der Aftershow-Party-Mainstage draußen im Garten. Du musst dir vorstellen, das Vez ist quasi das Jugendzentrum direkt in der Wuhlheide, also in einem riesen Waldgebiet. Und da ist halt dieser Außenbereich auch mit so einem Beachvolleyballplatz und da ist da eine riesen Bühne aufgebaut. Sonne ballert von oben, Getränke, Essen, hast du nicht gesehen, alle ausgeflippst. Und die Superboost ist ja eigentlich eine Keyboard-Messe. Also von daher bin ich da eigentlich perfekt aufgehoben. Selbstverständlich. Du hast ja auch ein Keyboard. Ich habe tatsächlich jetzt versucht, mein Keyboard zu verkaufen. Wir haben in Wollbeck einen Flohmarkt gehabt, und zwar einen dorfweiten Flohmarkt, wo jeder sich anmelden konnte. Und dann war quasi das ganze Dorf ein riesen Flohmarkt. Es waren über 350 Stände. Und ich habe gedacht, gute Gelegenheit, stelle ich doch mal mein Master-Keyboard vorne an die Straße. Weißt du, das hat 80 Tasten gewichtet. Und beim Raustragen habe ich schon gewusst, oha, das wird schwer. Also jetzt nicht nur beim Tragen, sondern auch beim Verkaufen. Wer nimmt das mit dann mal eben? Wer nimmt das mit irgendwie? Und tatsächlich, es war nichts zu machen. Ich habe es dann wieder reingetragen. Ich weiß nicht, was mich damals da geritten hat. Irgendwie 80 Tasten vollgewichtet irgendwie. Und es ist ja nur ein MIDI-Keyboard. Also da kam einer dann an. Welche Sounds hatten das? Keine. Da musst du hinten ein MIDI-Kabel und dann Sound-Generator. Hä? Hast du ein Audio-Interface? Hä? Na okay, alles klar. Vielleicht ist das Keyboard nicht für dich gemacht. Ich wollte gerade sagen, nimm besser die Schwimmendchen hier. Ja, aber das macht riesen Spaß. Also es ist tatsächlich eine gewichtete Tastatur auf der Größe. Macht natürlich schon riesen Spaß. Keine Frage. Es ist immer noch kein Vergleich zu einem echten Klavier. Nein, aber es ist schon ein großer Unterschied. Aber besser als diese Plastiktüten, die du dann... Sowas habe ich da hier gesteht, ne? Ich habe die auch zu Hause. Wie in der ist, äh, weißt du nochmal, PSR 350? Ja, genau. Die Pavlacheck Sound Revolution von Jamaha. Genau. Jamaha. Von Jamea. Jamea. Habt ihr auch die neue Gitarre von Jamea? Okay, nein, die haben wir nicht irgendwie. Das ist ja total vergessen am bisher. Ah, Kaffee zu trinken, genau. Der ist auch schon... Ich meine, gut, wir haben jetzt ja auch so die erste, wenn ich mich richtig erinnere, so die erste richtige Sommerfolge, ne? So mit kurzer Hose und mit Sonne im Rücken und so. Ja, alte und junge weiße Männer in kurzen Hosen. Genau. Ich habe auch extra meine Beine nicht gebräunt. Ich habe immerhin Sneakersocken angezogen. Also von daher, ich habe ja mittlerweile, bin ich ja total, ich bin ja Kind der 80er und da fand ich das schon furchtbar, wenn die dann die Adiletten und die weißen Tennissocken getragen haben. Das ist ja geil. Also ich hatte auch weiße Socken, aber ich habe sie gehasst, also Tennissocken. Aber dass das jetzt der totale Shit ist, irgendwie in Adiletten weiße Tennissocken bis oben an die Knöchel quasi, bis an die Knie heranzutragen, das ist schon faszinierend. Das sieht schon immer so aus wie so Stutzen. Ich denke immer, von welchem Fußballspiel kommt ihr denn alle? Ja, ja und ich denke immer, war damals hässlich, ist heute hässlich. Warum? Da gibt es doch kein Argument dafür. Man muss die Mode einfach so nehmen, wie sie kommt. Das ist ja nicht nur bei Bekleidung so, sondern Mode ist ja auch Musik. Ja. Und es gab ja jüngst wieder... Mode ist Musik? Auch. Musik ist Mode. Musik ist Mode. So rum. Ja, also du weißt ja, was ich meine. Ja, natürlich weiß ich, was du meinst. Jetzt dreh mir doch das Quarkbällchen nicht im Magen um. Es ist ja so, es gab ja wieder so einen europaweiten, mehr oder weniger europaweiten Musikcontest-Festival der Liebe. Hast du geguckt? Nee, du? Ja, ich habe geguckt, weil mein Sohn ist ein riesen ESC-Fan. Der weiß, der ist elf Jahre, der weiß alles. Der weiß, wer 1978 gewonnen hat. Der weiß, wer, wann, wie, welche Songs wo heißen. Der könnte ja von vor vier, fünf Jahren sagen, mit welchem Titel Holland da angetreten ist. Diesmal sind sie ja nicht angetreten worden. Da gab es ja irgendwie einen Vorfall. Keine Ahnung. Aber der ist total, das ist, wenn ich Superbowl gucke, dann mache ich ja, dann ist bei uns Feierstimmung so. Superbowl ist so mein Heiler, ja total. Und für Jonathan, für meinen Sohn, ist der ESC, das ESC-Finale tatsächlich sein Superbowl. Da fiebert der wochenlang darauf hin. Der hat alle Songs schon gehört. Der weiß genau, wen er da vorne sieht und so weiter. Liegt auch meistens richtig. Und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass es für ihn ein ganz wichtiger Termin ist. Und dementsprechend, um das dann auch nicht zu entwerten, habe ich dann mitgeguckt. So, den Anfang habe ich leider verpasst, weil ich noch was geschnitten habe. Ich war irgendwie noch bei der Arbeit. Ja, so ungefähr ein Video. Und bin dann aber irgendwie zum Titel 5 oder 6 dazugekommen. Da hatte ich dann leider den deutschen Vortrag schon verpasst. Und habe mich dann aber während das lief, habe ich mich dabei erwischt, dass ich mir gewünscht habe, dass das ein Audio-Stream ist ohne Video. Weil erst mal als Epileptiker kannst du die Show ja schon mal gar nicht gucken. Geht nicht irgendwie. Da kommt auch gar keine Epilepsie-Warnung vorneweg, glaube ich. Die müssten sie aber eigentlich zwangsläufig einbrennen. Dann gibt es ja immer so bestimmte Trends. Dieses Jahr war der Trend, dass die Kamera von oben ist und der komplette Boden quasi mit Inhalt bespielt wurde. Mit zerfließenden Farben und was nicht alles, whatever. Und was natürlich fürs Publikum im Raum echt spannend ist, wenn der Sänger auf dem Rücken liegt und eine Kamera von oben runterfährt und dann der Song läuft. Aber geschenkt irgendwie. Aber ich hatte gedacht, wenn diese ganze Ablenkung mal nicht wäre, dieses ganze Brimborium, diese Inszenierung, dass da nackter über die Bühne läuft irgendwie. Und das war wirklich sehr lustig. Ich glaube, das war Kroatien oder sonst was irgendwie. Da lief also nackter über die Bühne. Und die haben das aber wie im Film immer so inszeniert, dass irgendwie ein Kopf davor war, wenn der stehen geblieben ist. Oder eine Kamera. Oder dass irgendwie immer irgendwie was vorm Gemächt war. Ich hoffe mal, dass er im Sinne der Zuschauer einen Strumpf drüber hatte, so wie die Red Hot Chili Peppers früher. Aber die Inszenierung selber war eigentlich lustig. Hat ihm auch nichts geholfen. Ist auch nicht erster geworden. Ach so, das war der Sänger selber? Nee, nee, das war der Tänzer vom Sänger, würde ich jetzt mal sagen. Also kein Flitzer? Nee, nee, nee. Es war tatsächlich Teil der Band, nennen wir es mal so. Der Sänger war vorne am Abtouren irgendwie. Und im Hintergrund lief die ganze Zeit einer rum. Irgendwann hatte der dann auch eine Hose an. Aber die Inszenierung war gut so. Aber es ist ja ein Song Contest. Es ist ja nicht irgendwie ein Performance Contest oder sonst was irgendwie. Und natürlich war das früher deutlich langweiliger. Aber wenn ich mir einen Song wie Wunder gibt es immer wieder von Katja Epstein zum Beispiel anhöre, in der Inszenierung, in der Aussage, im Ausdruck, in der Dynamik, in allem, Zwiggi und Zuppi, da muss ich schon sagen, schon ein großer Song. Kann man stehen lassen. Gut, ich sag mal, die Musik an sich, also die Songs haben sich natürlich auch verändert, die Trends, der Sound. Deutlich, deutlich. Das ist eine Frage, ne. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, es war ja eine unserer, weiß ich gar nicht, eine unserer ersten Folgen, wenn ich mich recht erinnere, vor zwei Jahren kann das sein, irgendwie mit ESC. Da ist auf jeden Fall ESC im Titel, das werde ich dieses Mal nicht machen, glaube ich. Ja, genau. Aber irgendwas war da auch mit ESC, da kann ich mich dran erinnern. Für mich hat das auch total den Reiz verloren, das zu gucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es dieses Jahr tatsächlich deutlich mehr verfolgt im Vorhinein, weil ich ja die große Freude hatte, einen Song zu mastern, der es bis ins Finale von dem Vorentscheid geschafft hat. Und zwar, ich erinnere mich, Flo Rida, Florida, nee, Flo Ryan, genau. Florian mit Y, Florian Scars. Ja, genau. Heißt der Song, genau. Hast du gemastet, ja. Genau, der war ja, da gab es ja vorher so Teams irgendwie hier, ich glaube, Conchita Wurst war irgendwie so ein Coach und auch Ray Garvey. Und Ray Garvey hat dann zusammen mit dem netten Kollegen Live Band, liebe Grüße, den Song produziert. Und der Florian, oder Florian, ich weiß nicht. Florian. Ja, Florian. Der Flo. Hat es dann performt und ist auch eine sehr, sehr schöne Nummer, so eine Ballade, ne? Ja. Ganz schöne Nummer. Und deswegen habe ich das da so ein bisschen verfolgt. Ich würde jetzt mal sagen, wenn der Song es geschafft hätte tatsächlich jetzt zum ESC, hätte ich vielleicht, wobei, wann lief das? Am Samstag? Samstag, ja. Dann hätte ich es eh nicht gucken können. Aber vielleicht. Bei Heldung, wo war es? Auf irgendeiner Bühne dieser Welt. Ich schätze. Er schwang den Taktschock wie kein anderer. Ich weiß gar nicht mehr. Wo war ich letzten Samstag? Ich müsste mal in den Kalender gucken. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Momentan ist echt viel. Aber was auch ist, und zwar leider schon, wenn ihr den Podcast hört, ist das schon passiert. Ja. Also könnte es sein, dass ich mich sehr freue über eine Sache, die nämlich am Freitag für euch dann passiert ist, für uns noch passieren wird. In Österreich gibt es nämlich eine Show, die nennt sich Die Große Chance. Okay. Das ist so wie in Deutschland quasi das Supertalent oder sowas in der Richtung. Eine Talentshow. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da nur Musik geht. Gefährliches Halbwissen. Die Freunde aus Österreich werden das auf jeden Fall wissen und in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall ist da eine ganz junge Künstlerin, ich glaube die ist 19, die Emma. Und für die habe ich einen Song gemastert vor kurzem, Ist das Liebe. Ja. Und die ist tatsächlich im Finale. Und am Freitag, also für euch vergangenen Freitag, für uns am Freitag, ist das Finale von dieser Show. Und ich hoffe natürlich, drücke ich die Daumen, dass sie da gewinnt. Und dann ist der Song auch veröffentlicht. Also wenn ihr das jetzt... Achso, der ist noch nicht rausgekommen? Ne, der kommt quasi. Also der ist für uns jetzt Freitag, also Freitag. Also deswegen dürfen wir drüber reden, weil ja schon passiert. Genau. Das heißt, wenn euch das interessiert, guckt mal nach Emma, ist das Liebe. Ja. Ganz, ganz... Auch in deiner Liste dann zu finden. Auch bei... Wir haben ja immer unter dem Podcast in den Shownotes, haben wir deine Playlist auch stehen. Die Mastering-Playlist von dir. Mastered by Storia, Mastering-Playlist. Mir hätte vor kurzem mal einer geschrieben, ich sollte das mal umbenennen in Mastered by Björn Schlüter-Playlist. Aber ich habe dann so gedacht, nee. Erstens mal schon wieder Kacke wegen dem Ü und dem Ö. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Das ist immer schwierig, zumindest bei der Erstellung von irgendwelchen Shortlinks oder sowas. Das ist immer ein bisschen doof. Und zweitens mal ist, glaube ich, mittlerweile das Synonym, also der Name des Studios, Kanter als mein Name. Deswegen werde ich das nicht ändern. Aber ist auf jeden Fall in der Playlist zu finden. Sehr gut. Ist da mein Titel übrigens auch? Noch nicht. Der Sommer-Sonnenfänger erscheint nämlich, Achtung, Trommelwirbel. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft, irgendwie mal über den Distributor das Ding hochzuladen. Am 23. Mai. Nein! Das ist ein Donnerstag. Und an dem Donnerstag wird es auch ein Video bei YouTube geben. Das heißt, da werde ich da auch nochmal drüber reden. Beziehungsweise werde das so irgendwie so reinstreuen. Aber für alle, die schon mal Interesse daran haben, mich zu pushen an der Stelle und die auch Bock haben, den Song zu hören. Es gibt einen Vormerkungslink, der wird von Music Hub über Music Hub veröffentlicht. Ich sage das. Die wenigsten werden wahrscheinlich mit dem Titel Vorveröffentlichungslink oder sowas anfangen können. Pre-Safe. Ein Pre-Safe. In der aktuellen Welt heißt es Pre-Safe. Pre-Safe bitte meinen Song. Genau. Hat auf jeden Fall den großen Vorteil, wenn ihr darauf klickt, dass dann quasi am 23. Mai bei Release der Titel schon bei euch bei Spotify angezeigt wird und dann klickbar ist und hörbar ist und so weiter. Ich muss mir ehrlich gesagt noch Gedanken über das Musikvideo machen, weil ich glaube, es wird nur ein Lyrics-Video geben. Ich werde kein Musikvideo drehen. Also ich würde jederzeit als Protagonist zur Verfügung stehen. Ja? Ja. Okay, dann lass ich mir was einfallen. Ja. Ich habe eine Drohne. Ich könnte mir mit so einem anderthalbteiligen Schlagzeug, könnte ich mich irgendwo in den Wald setzen und wir könnten so ein paar Szenen, weißt du, so eine Hi-Hat und eine Snare, wo du dann über fünf Toms so ein Fill-In hörst und so. Ich könnte dir so ein weißes Hemd anziehen mit roten Hosenträgern und dann musst du so einen gelangweilten Gesichtsausdruck aufsetzen und dann kriegst du nur eine Snare und eine Hi-Hat. Erinnerst du dich? Du bist kein Kind der 80er, ne? Trio. Trio. Achso, ja stimmt. Den habe ich übrigens kennengelernt, den Schlagzeuger von Trio. Der wohnte nämlich in Wilhelmshaven. Der lebt ja nicht mehr. Ne, der wohnte in Wilhelmshaven über einer legendären Kneipe namens Klingklang. Witzigerweise. Und ich habe ja einige Jahre meines Lebens in Wilhelmshaven verbracht. Wie hieß der noch? Peter? Ich weiß noch. Das ist gerade durch den Kopf. Ja, auf jeden Fall Sommersong. Der Sommersonfinger erscheint am 23.05., also vor Veröffentlichungslinks pre-safe unter dem Video, beziehungsweise in den Shownotes. Schon mal zum Vormerken. Also, ne, der Song ist ja letztes Jahr entstanden bei einem Mix-Wochenende, also ist ja eigentlich auch Quatsch, Mix-Wochenende. Es war ja ein Production, Recording, Mixing, teilweise Mastering, teilweise Schlagzeugerärgern-Wochenende. Witzigerweise Schlagzeugerärgern. Ich habe, also wir haben es im Prinzipalstudio natürlich letztes Jahr aufgenommen und da wird auch dieses Jahr wieder das große Mix-Wochenende zweimal stattfinden. Yes. Ende August ist ein Wochenende, das in den September übergeht. Da ist noch ein Platz übrig und im drauffolgenden Wochenende September sind noch zwei Plätze übrig. Also wer noch Bock hat auf den absolut mega Abenteuerspielplatz für Studio-Enthusiastinnen, der kann sich auf jeden Fall hier über den Link auch unten in den Shownotes darüber nochmal... Mit Kartoffelsalat und Quarkbärchen. Und Tzatziki und Grillen und haste nicht gesehen und wir werden wieder einen geilen Song aufnehmen, beziehungsweise an jedem Wochenende einen geilen Song aufnehmen. Und der Sommersommempfänger ist da entstanden, aber weil der Song geht ja über Frühling, konnte ich den ja nicht rausbringen. Also musste ich warten, bis Frühling ist. Jetzt ist Frühling und jetzt kommt er auch endlich raus. Ich habe den schon vor zwei oder drei Jahren, glaube ich. Aber witzigerweise... Ich habe den ja schon mal für dich aufgenommen, da war der aber noch anders. Ja genau, da war der noch ein bisschen angestaubter, ein bisschen ruhiger insgesamt. Aber ich habe die Spuren vom Sommersommenfänger, sind gerade die Spuren des Monats, beziehungsweise der Song zum Selbermischen im Premium-Bereich. Mit anderen Worten, ich habe die Original-Session von Vincent vorliegen und mache dann auch einen Mix-Breakdown von diesem, wie wir zu dem Sound gekommen sind. Und im nächsten Kapitel, das erste Kapitel ist Session-Übersicht. Wir schauen auf die Session, wie routet eigentlich so ein Pro sein Zeug irgendwie, was hat der für Abläufe und so weiter. Also in Cubase dann auch? In dem Fall dann in Cubase, ja, weil Vincent arbeitet in Nuendo, also muss ich das Video wieder in Cubase machen. Ist schon das zweite in Folge. Ich hoffe, die Leute glauben nicht, dass ich jetzt ständig in Cubase arbeite. Aber da habe ich gleich auch noch eine Geschichte zu, warum das passieren könnte. Uh, Cliffhanger. Ja, aber es ist tatsächlich so, bei den Drums bin ich dann natürlich auch alle Spuren durchgegangen in der Vorbereitung von dem Video, was ich dann da für das Tutorial gemacht habe und habe gesehen, dass du ja, du musstest ja kämpfen. Du musstest ja Achtel kämpfen. Ja. Also richtig kämpfen. Ein sehr unmusikalischer Vorgang für jemanden, der anders Schlagzeug spielt. Ja, aber hallo. Und tatsächlich ist mir dann aufgefallen, dass wir die Achtel dann tatsächlich nochmal mit einer Midi-Highat drunter gebaut haben. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ob dir das aufgefallen ist oder so. Es ist tatsächlich, ab einem gewissen Punkt im Song kommt dann noch eine Midi-Highat, die einfach in Achtel komplett durchschiebt irgendwie und die das Ganze von unten nochmal stützt. Also deine Hihats sind natürlich drin, aber da habe ich nochmal gedacht, warte mal, wir mussten sowieso schon so kämpfen mit den Hihats. Und dann habe ich mich im Mix gefragt, warum die so prominent sind. Warum die so, das ist ja schon fast wie so ein durchgehendes Rauschen mehr oder weniger. Und dann habe ich gesehen, ah genau, wir haben da noch, beziehungsweise Vincent hat dann da eine Midi-Highat noch drunter gelegt, die dann durchspielt. Und die dann letztendlich, ohne dir zu nahe zu treten, den letzten Drive ins Spiel reingebracht hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich durfte den Song jetzt ja mastern. Mir gefällt das überhaupt gar nicht. Also wirklich komplett null, was da, also kann man ja auch mal so ehrlich sagen, was da entstanden ist. Weil ich finde, es klingt dadurch total statisch und total unnatürlich und passt überhaupt nicht zu der Energie, die der Song ja eigentlich hat. Also so dieses frische, komm, wir gehen raus und machen und so. Und dann hörst du die ganze Zeit im Hintergrund so ein zzzz, zzzz, so ein komplett statisches, drumcomputermäßiges Hihat. Also habe ich auch noch so gedacht, so nee, es ist schon okay, dass man da eine unterschiedliche Auffassung drüber haben kann, irgendwie an der Stelle. Aber würde ich so definitiv auch niemals spielen. Und die Argumente, die er ja vorgebracht hat, verstehe ich völlig, sind aber, waren aber alle aus völlig anderen Musikjonges. Also wenn Green Day Achtel durchhämmert, liegt es zum einen daran, dass der Herr am Schlagzeug es technisch wahrscheinlich einfach nicht anders spielen kann. Weil er eben halt gar nicht aus dem Parkgelenk spielt, sondern er spielt halt aus dem Arm. Und da sind wir nun mal in der Regel, ich weiß gar nicht, welchen Song er da damals hatte, ich glaube Holiday oder American Idiot, da sind wir halt auch 30 BPM schneller oder 40. Da ist das ja nochmal eine andere Sache. Hört ihr, keine Ahnung, auch bei Green Day Boulevard auf Broken Dream oder so an, da spielt ja die Hihat auch. Ich erinnere gar nicht mehr, ob wir tatsächlich uns so extrem, vielleicht in der Produktion an Green Day orientiert haben. Ja, lief es ganz, ich meine American Idiot. Aber im Mix haben wir uns eigentlich eher an When You're Gone. Nee, ach nee, das war das Wochenende vorher, haben wir When You're Gone genommen, genau. Ich komm drauf, weil ich nämlich neulich, also erstmal vollkommen okay. Ich hab tatsächlich original im Mix, hab mir den Fader geschnappt von dem Hihat und hab den auch mal runtergeschoben und hab gedacht, hm. Also mir ist das auch aufgefallen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Das wird jetzt nicht den Unterschied machen, ob der Song erfolgreich ist oder nicht. Nein, nein, nein. Aber hab dann einfach mal rumgespielt und hab gedacht, na, wahrscheinlich hätte ich im Mix auch ein bisschen weniger genommen. Das ist zwar als Stütze genommen, um das quasi als Stütze für den Beat nochmal zu nehmen, aber eben nicht so prominent im Mix zu stellen. Aber totale Geschmackssache. Aber ich komm gerade auf When You're Gone, weil ich tatsächlich neulich in der Dreisat-Mediathek, da sind verschiedene Konzerte, die man so abrufen kann. Okay. Und da war ein Konzert von Bryan Adams. Und jetzt kann man über Bryan Adams sagen, was man will, ne. Aber nur Songs, die du kennst und nur Songs, die du... Ich hab dann davor gesessen und hab gedacht, also der Typ ist schon auch musikalische Prägung für mich. So was Struktur von Songs angeht, Aufbau, teilweise Akkord-Changes, die du so gar nicht erwarten würdest. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und immer wenn er auf Radio Bryan Adams kommt, mach ich lauter auf jeden Fall. Weil der Typ ist echt ein Genie im Songwriting. Kann man nicht anders stehen lassen. Summer of Sixth Night war einer der ersten Songs, die ich damals am Schlagzeug... Also so, dann im Unterricht damals mal so den Grundbeat und so. Der ist ja relativ geradeaus. Den haben wir, glaube ich, damals im Unterricht dann mal auseinandergenommen so ein bisschen. Das war, da erinnere ich mich auch dran. Da war ich ja viel zu jung damals, um irgendwie überhaupt zu verstehen, wer Bryan Adams ist und was das für eine Art von Musik ist. Wie auch. Aber so 10 Jahre oder 15 Jahre später bei der Tanzmusik konnte man dann auf das Erlernte gut zurückgreifen, wenn man dann leicht eskalierend bei Summer of Sixth Night dann auf der Bühne gestanden hat. Und ich musste ja tatsächlich meinen Frieden mit Summer of Sixth Night machen, weil als Top-40-Musiker oder Tanzmusiker ist das wirklich... Summer of Sixth Night war für mich eine Höchststrafe, wenn wir das gespielt haben. Weil jedes Mal und jedes Mal... Und dann spielt der DJ auch mindestens zweimal noch am Abend und du kannst es halt irgendwann nicht mehr hören. Aber wie gesagt, ich habe dann, nachdem etwas Zeit ins Land gegangen ist, habe ich mir den Song einfach nochmal als Song angehört. Jetzt mal alle Ressentiments zur Seite, einfach mal so Text, Aufbau, alles angeguckt und hab da... Jetzt ist die Kamera ausgegangen. Die Kamera ist ausgegangen. Warum ist die Kamera ausgegangen? Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Muss ich jetzt mal gucken, das kann wohl nicht wahr sein. Also der Ton läuft ja weiter. Der Ton läuft auf jeden Fall nochmal weiter, falls also gerade das Bild weggegangen sein sollte für YouTube. Die Kamera ist ausgegangen, aber ich werde nicht zögern, das wieder zu beheben. Dann hat man eine neue Kamera und dann geht die einfach aus. Wie lange sind wir jetzt dran? Ach, eine Stunde vielleicht? Also die Uhr sagt hier so irgendwas mit 27, 28 Minuten. Okay, ich würde mal sagen, ich starte jetzt einfach nochmal neu und gucke mal, was er hier sagt. Also falls ihr jetzt nur Björn seht und das Piepen gehört habt... Die rote Lampe ist auf jeden Fall wieder an. Hier ist was los. Also das gibt es doch gar nicht. Das ist jedes Mal was Neues. Da mache ich ein neues Audiosystem, das kackt ab. Immerhin hat sich ja gemeldet, die Kamera, dass sie ausgegangen ist. Also für alle, die uns nur hören, ich fummel gerade hinter der Kamera rum und stehe hier und bin total gespannt, was jetzt passiert. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie jetzt weiterläuft. Vielleicht hat die so ein Stundenlimit, weil wir haben ja schon vor Beginn des Podcasts lange gequatscht. Aber da muss ich nochmal bei. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Kamera einfach ausgeht. Und vor allem, du hast noch, bevor wir angefangen sind, hast noch gesagt, ich hoffe, dass die Kamera jetzt nicht mittendrin ausgeht. Ja, weil die ist neu und die hat den großen Vorteil, dass sie ein rotes Licht vorne hat und dass sie... Warte mal, ich muss nochmal einmal klatschen an dieser Stelle. Ich habe gar nicht geklatscht gerade. So, jetzt habe ich aber synchronisierend quatschen. Aber die hat ein rotes Licht vorne. Das heißt, ich weiß, wann sie aufnimmt und wann nicht. Aber jetzt weiß ich auch, wann sie ausgeht. Wenn sie Geräusche macht, dann kann das nicht wahr sein. Die Kamera ist brandneu und die Kamera, die wir früher hatten, ist, glaube ich, schon fast sechs Jahre alt oder so. Und die hat ohne Döpken immer durchgelaufen und nie sich beschwert. Döpken ist auch so ein richtig Münsterländer Wort, ohne Döpken. Ja, tatsächlich ist, bei uns in Münster wird ja sogar Massematte gesprochen. Ja gut, das ist ja nochmal ganz alt. Das ist aber jetzt als, wie heißt das, nicht physisches Weltkulturerbe oder so, oder Kulturerbe eingetragen worden. Tatsächlich, die Sprache als solche ist eingetragen worden. Finde ich sehr spannend, auf jeden Fall. So Worte wie Fietzken. Ja, Leze, Jofel, Schofel und so weiter. Da gibt es ganz Wörterbuch. Ich bin jetzt auch nicht gebürtiger Münsteraner. Das heißt, ich spreche jetzt auch nicht flüssig Massematte. Witzig ist aber, dass bei uns wieder auch Plattdeutsch gesprochen. Und immer samstags in der Zeitung gibt es auf jeden Fall einen Artikel ob Plattdeutsch. Ich habe das auch schon mal erzählt. Also das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Mit dem Platt ist ja regional unterschiedlich. Also das Platt ist ja überall anders. Auch schon, wenn du jetzt hier im Dorf. Jetzt ist er wieder ausgegangen. Ja, das ist aber jetzt. Dann wird der Podcast jetzt ohne Video weitergeführt bei YouTube. Und wir reden einfach weiter. Ich habe doch keine Lust, mich hier von einer Kamera terrorisieren zu lassen. Komm, versuch es doch noch einmal. Ne, die geht ja dann gleich wieder aus. Wahrscheinlich wird die überhitzt sein, weil Sony-Kameras neigen dazu, auch mal zu überhitzen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die überhitzt. Aber wir reden einfach mal weiter, weil ich bin ja eh nicht im Bild. Und du erzählst mal weiter, was du gerade erzählen wolltest. Wir sind ja eh nicht zu sehen. Ja, genau. Plattdeutsch ist ja, oder Platt ist ja überall anders. Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, weil zum Beispiel meine Großeltern mit dem Platt aus dem Sauerland, also mit dem Sauerländer Platt, konnten sie sich komplett verständigen in Schweden. Mit Sauerländer Platt in Schweden? Genau, also mit dem Plattdeutsch, was bei uns im Sauerland, wo ich gebürtig herkomme, gesprochen wird, konnten sich meine Großeltern in Schweden eins zu eins verständigen. Aha. Das fand ich sowas von interessant, dass ich dann irgendwie kurzzeitig mal die Ambitionen hatte, Platt zu lernen. Das ist dann aber relativ schnell wieder, hat sich das wieder erledigt. Und vor allem jetzt hier im Münsterland gibt es ja wirklich so viele unterschiedliche Arten von Platt, die sehr, sehr durch das Holländische auch geprägt sind vor allem. Ja, deswegen verstehe ich auch eine ganze Menge holländisch. Also immer, wenn ich zuhöre, genau, das war bei dem ESC-Titel. Der ist teilweise in holländisch gesungen und dadurch, dass wir natürlich relativ nah an der Grenze zu Holland aufgewachsen sind. Aber die durften noch gar nicht singen. Nee, aber meine Frau hat mir dann den Titel trotzdem mal als Video vorgespielt, damit sie wusste, worüber wir überhaupt reden, was denn da jetzt nicht stattgefunden hat. Der Titel war Europa-Paar, hieß der ja. Der war eigentlich ganz cool. Und da war halt auch jede Menge holländisch dabei, auch deutsche Zeilen und sonst was irgendwie. Aber insgesamt war das eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Letztendlich wegen der holländischen Sprache konnte ich halt auch das eine oder andere verstehen. Und meine Cousine zum Beispiel ist tatsächlich nach Holland gezogen. Die hat da studiert, hat da ihren Mann kennengelernt und ist dann quasi da geblieben. So, jetzt muss ich mal hier Auto-Power of Temperature, das muss ich mal auf High stellen. Und dann dürfte das Video jetzt, das Bild jetzt gleich wieder da sein, weil es ist tatsächlich so, die Sony-Kameras neigen zum Überhitzen. Und wenn man das nicht vorher bestätigt, dass man das in Kauf nimmt. So, jetzt Kamera geht wieder an. Mal gucken, ob sie jetzt anbleibt. Tütt! Kamerakaos im Storia Maastricht-Studio. Aber da sollen wir ja wohl irgendwie hinkriegen. So, jetzt sind wir auch wieder im Bild zu sehen. Immerhin unsere schönen nackten Beine wieder voll da. Wieder alles gut. Und für alle, die uns zuhören, ist ja eh Wumpe. Aber kleiner Hinweis an alle Leute, die sich für Videotechnik interessieren. Sony-Kameras neigen zum Überhitzen. Es gibt eine Funktion im Menü, die bedeutet, da gibt es so eine Abschalttemperatur und die kann man seit ein paar Generationen von Standard, das ist das, was wahrscheinlich gerade passiert ist, auf High stellen. Und wenn man das nicht vergisst, dann läuft die Kamera auch durch, selbst wenn sie heiß ist. Aber ich gehe noch mal kurz, ich mache mal trotzdem hinten den Deckel auf, damit die ein bisschen weniger... Ich würde den Satz noch mal anders zu Ende führen. Alle, die sich für Videotechnik interessieren, lasst lieber sein und bleibt bei Audio. Es ist hochkomplex, also macht man sich wirklich tatsächlich kein Bild. Das ist, ja, long story short, ich musste eine ganze Menge schmerzhaft lernen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was da alles schon schief gegangen ist mittlerweile. Habe ich dir neulich von meiner Festplatte erzählt, die nicht mehr aufgenommen hat? Ja, also das zum Beispiel. Apopros Festplatte, das bringt mich nämlich zu dem Punkt, den ich gerade schon angeteast habe, warum ich jetzt auf Cubase umsteigen könnte. Nein, ich werde nicht auf Cubase umsteigen. Ich bin aber kurz davor tatsächlich, weil Studio One bei mir ja nicht mehr funktioniert. Haben wir darüber schon vor der Kamera geredet? Ich glaube, noch nicht vor der Kamera. Folgendes. Ich möchte mal eure Schwarmintelligenz, also bei allen PreSonus Studio One Nutzern, jetzt mal anstoßen irgendwie. Folgende Situation. Ich kann nicht mehr abspeichern. Das muss man sich mal vorstellen. Also mein Studio One, sowohl Version 5 als auch Version 6, nicht Version 4. Also Version 5 und 6 speichert, wenn ich ein neues Projekt anlege, ich würde jetzt Musik aufnehmen, dann drücke ich auf Speichern, dann legt er den Ordner an, dann legt er die Ordner an, also den Media-Ordner und den Cash-Ordner, die da drin sind. Und dann will er die Projektdatei speichern und sagt, er würde jetzt aber die Datei.song.temp, also Temp, temporär, die würde er jetzt nicht finden und deswegen könnte er nicht speichern. Und ich habe jetzt schon alles versucht. Also ich bin zwar am Mac unterwegs, ich bin auch mit PreSonus, mit dem Support in Kontakt und habe den jetzt auch schon angeboten. Pass auf, wollt ihr nicht mal selber hier per Screen-Sharing drauf gucken, irgendwie was es sein könnte. Weil alles, was die mir geraten haben, Löschen, Settings löschen, anderer Speicherort, hast du nicht gesehen. Ich habe alles schon neu installiert, alle Updates gemacht und so weiter. Alles ausprobiert, Problem bleibt. Und habe denen schon gesagt, dann könnt ihr mal drauf gucken. Vielleicht habt ihr ja spontan eine Idee, was es noch so sein könnte. Und habe dann aber parallel am Laptop, da habe ich auch Studio One, habe ich einfach mal eine Session aufgemacht und habe gedacht, mal gucken, wo diese Datei eigentlich ist, diese TMP-Datei, weil die habe ich nirgendwo gefunden auf meinem System. Und dann habe ich eine Session aufgemacht im Laptop und habe parallel dazu dann den Ordner aufgehabt, wo die Datei drin gespeichert war, weil am Laptop funktioniert das einwandfrei. Und habe dann über so einen Klammergriff am Apple kann man dann quasi die versteckten Dateien auch freischalten, dass man die sieht. Also versteckte Dateien gibt es jede Menge auf dem Rechner, aber die sind ja nicht ohne Grund versteckt, weil sonst müllen die dir den ganzen, das sind halt Systemdateien. Also habe ich diesen Klammergriff gemacht, versteckte Dateien aktiviert, weil ich gedacht habe, wenn ich die jetzt nicht so sehe, dann ist die vielleicht versteckt, deswegen sehe ich die nicht. Und habe dann mit dem System gespielt und immer diesen Ordner beobachtet, aber es ist nicht ein einziges Mal diese dubiose Datei aufgetaucht mit der Endung .song.temp. Und man findet zwar im Netz irgendwie so drei, vier Forumseinträge, wo sich Leute schon vor Jahren darüber aufgeregt haben, dass bei ihnen das Problem auch aufgekommen ist, aber unter keinem ist eine Lösung drunter. Und da der Support auch nicht direkt darauf angesprungen hat, haben die wahrscheinlich das Problem auch nicht präsent. Und das Problem ist jetzt, ich kann nicht mehr mit Studio One arbeiten. Also in Studio One 4 nehme ich immer den Ton für die Videos auf, das funktioniert einwandfrei. Und 5 und 6 habe ich alles ausprobiert, ich kann damit nicht mehr arbeiten. Das heißt, ich bin kurz davor zu sagen, ey, das gibt es doch gar nicht. Und als Konsequenz daraus, also das ist jetzt wirklich die Maximallösung quasi, bin ich jetzt schon so weit, dass ich sage, weißt du was, dann schmeiße ich meinen kompletten Mac einfach, meinen Hackintosh, nehme ich jetzt aus dem Rack raus, ich wollte eh mein Studio umbauen, und baue jetzt alles so um, dass mein MacBook quasi jetzt die Zentrale vom Rechner ist. Einziges Problem, MacBook hat 1TB Speicher, ich habe allein 8TB SSD Speicher für Videos und Sounds und Songs, die ich mische und so weiter und so fort. Das heißt, ich muss jetzt alle Festplatten aus Müsse, die aus dem Rechner rausbauen, und habe mir jetzt quasi so ein Thunderbolt-Gehäuse gekauft, der eigentlich nur ein Verteiler für Festplatten ist. Der hat alleine schon 250 Euro gekostet, nur damit ich drei Thunderbolt-Platten, also schnelle Festplatten, und vorne vier USB 3.2-Platten dranhängen kann. Super, aber 250 Euro für ein USB-Hub. Verteiler. Ja, das ist schon echt heftig. Aber das wird es wahrscheinlich werden, weil bevor ich darauf warte, dass irgendwie in einem halben Jahr eine Lösung gefunden wird, oder auch nicht irgendwie. Also total... Das klingt aber total skurril. Total, vor allem, weil es bei Version 4 nicht ist und bei 5 und 6 wohl. Und dann hatte ich es bei 5, hatte ich es zwischendurch einmal nicht. Dann habe ich so eine Cash-Datei genommen als Ausgangsbasis. Die konnte ich speichern, dann aber wieder nicht. Ich finde, dass du Cash sagst. Ja, wie heißt es denn sonst? Cage? Heißt das nicht Cage? Also ich habe Cash gelernt, aber auch das können wir mal... Apropos, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, über Ratio. Cage. Was Ratio heißt. Ich sage immer Cash. Cash? So C-A-C-H-E. Nee, C-A-C-H-E. Genau. Cash. Ja. Echt. Also der Name begleitet mich sehr lange. Das wäre ja Quatsch, ne? Das wäre ja mit G eigentlich. Ja, also ich sage immer Cash. Ist wahrscheinlich auch richtig, weil ich sage es ja. Nee. Wie immer. Aber wir haben ja letztes Mal über Ratio gesprochen. Da hast du dich doch noch... Hast du mich darauf hingewiesen, dass Ratio... Was das für ein Wort wäre? Nee, ich habe mich gefragt letztes Mal. Das hat ja keiner drunter geschrieben. Ich bin immer noch nicht schlauer. Ich hatte nachgeguckt tatsächlich, weil es ist tatsächlich das lateinische Wort für Vernunft. Ja. Es heißt aber auch Verhältnis. Also es bedeutet sowohl Vernunft als auch Verhältnis und dann passt es zum Kompressor. Vernunft und Verhältnis. Weil es ein vernünftiges Verhältnis einstellen beim Kompressor auf jeden Fall. Eine Ratio-Ratio, ein vernünftiges Verhältnis. Ja, ganz genau. Was ist denn das Standardverhältnis, was ein Maastricht-Ingenieur einstellt, wenn er einen Kompressor benutzt? Ach, für jeden Fall. Gehst du über 2 zu 1 hinaus? Klar. Klar. So eine Pulle. Ich meine nicht bei der Parallelbearbeitung. Ja, dann nicht. Dann eher selten. Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? 1,2. Ja, das kommt ja immer ein bisschen auf die Kompressoren. Also bei vielen Kompressoren ist ja die Ratio auch gleichzeitig damit verantwortlich, oder gleichamtlich dafür verantwortlich, das Knee, also die Kurve der Kompressoren zu bestimmen. Zumindest ist das bei sehr vielen Arten von Kompressoren so. Und da ist natürlich oftmals so umso niedriger die Ratio, die Ratio ist, umso weicher wird das Knie, also das Knee vom Kompressor. Bei mir am Hinterkopf, da kommt auch ganz weich das Knie raus. Ja, das stimmt. Aber immerhin leicht gebräunt fällt es dann nicht so auf als Kontrast zu deinem Haupthaar. Zum Resthaar. Zum Resthaupthaar. Resthaupthaar-Erhaltungsmaßnahmen. Ja, aber klar, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, wo du das jetzt sagst. Natürlich, klar, das Knee wird weicher. Komm doch mal, das ist woanders nicht bei allen. Es gibt ja beim 1176 den AE, den Anniversary Edition. Der hat im Gegensatz zu allen anderen 1176 Kompressoren, hat ja auch 2 zu 1 Ratio, die du einstellen kannst. Übrigens ein fantastisches Gerät. Also als Hardware. Ich habe den mal da gehabt und man könnte jetzt sagen, ja, es ist eine 1176. Ja, aber ja. Das ist, also als Hardware. Hättest du noch mal einen anderen gehabt, hätte er noch mal anders geklungen. Habe ich. Also von dem meine jetzt auch. Ich habe tatsächlich mal ein Video gemacht für Leute, die sich dafür interessieren. Die können mal bei YouTube nachgucken. Ich habe tatsächlich mal einen Vergleich gemacht zwischen einem Standard 1176. der war bei mir in meinem Pre-Amp drin. Also der 6176 ist der Pre-Amp von Universal Audio. Da war ein Hardware 1176 drin. Und dann hatte mir mein Kumpel Dave hatte mir dann seinen AE geliehen. Und dann konnte ich die beide verschalten. Und ich habe dann parallel dazu dann auch noch einen Software 1176 genommen. Dann haben wir mal gehört. Und es war schon faszinierend. Und es ist aber Ewigkeiten her, dass ich das gemacht habe. Und mein Kumpel Uwe, der hat auch einen AE. Und die sind wirklich selten. Also die schießen wirklich preistechnisch sind die für ein Einzelgerät jenseits von 3000 Euro, glaube ich, für ein 1176. Also können wir ja sagen, okay, ist gefragt, ist das Gerät irgendwie. Aber wenn du damit überhaupt hinkommst. Aber der klang tatsächlich richtig toll. Und ich gedacht habe, ja, also wenn ich mir den leisten könnte, würde ich mir den vielleicht ins Reck hängen. Ich meinte jetzt auch, wenn du zwei AE's, also zwei Universal 1176 AE nebeneinander stellen würdest, die würden wahrscheinlich auch unterschiedlich. Na, vielleicht wäre es da gar nicht mal so, weil die natürlich, das sind nur, ich glaube, 500 Stück von gebaut worden. Wahrscheinlich ist da die Spielrate oder die Differenz geringer als bei den Standardgeräten. Also wenn du zwei Blue Strike nebeneinander hältst, dann hast du auf jeden Fall zwei verschiedene Geräte. Allein schon durch die Abnutzung, je nachdem, in welcher Umgebung, äußerliche Gegebenheiten, Temperatur, Nutzungsdauer etc. Wobei ich mit meinem Kumpel Björn, äh, Björn, Uwe darüber gesprochen habe, dass ich mir tatsächlich, wenn ich mir nochmal einen Hardware-Kompressor kaufen würde, würde ich mir einen Distressor kaufen von Empirical Labs. Ja, der ist schon sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Das kann man nicht anders sagen. Wobei der auch preislich in den letzten Jahren auch deutlich nach oben marschiert ist. Also der kostet als Kompressor mittlerweile 2300 Euro oder so irgendwie. Das ist schon für ein Monogerät schon eine Ansage. Schon auf jeden Fall. Aber ich sag mal, nochmal, immer dieses gleiche Thema, aber Nutzen halt. Also das ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt ein Studio habe und sitze da acht Stunden täglich, auch da brauchst du keinen Distressor im Rack, aber wenn du dann jeden Tag oder drei Tage die Woche Aufnahmen machst und den immer anhast und immer benutzt und dich darüber freust und gerne an den Knopf fasst, ja, dann mach halt. Ja, also das wäre halt meine Traum-Vocal-Chain im Moment. Den 1073 Preamp habe ich ja. Und wenn ich dann überlege, ich gehe aus dem 1073 in den Distressor rein und dann, also jetzt nicht, dass ich damit komplett alles wegmeter, sondern einfach nur so die Spitzen wegfangen. Aber wir wissen ja, dass du Lautness-Range-Technik eher so bei zwei statt fünf. Aber erst in der Nachbearbeitung, nicht beim Aufnehmen. Beim Aufnehmen bin ich tatsächlich sehr, sehr vorsichtig, wobei wir diese Woche auch eine tolle Erfahrung gemacht haben. Ich hatte letzte, nee, nicht wir, sondern mein Kumpel Uwe, der mich... Ja, wir machen auch gerade eine tolle Erfahrung. Ja, das ist sehr intensiv zwischen uns beiden hier. Das ist Ebony and Ivory, also zumindest, wenn man unsere Beine nimmt hier. Nee, nee. Ich hatte letztes Mal letztes Mal erzählt, dass ich am A-See zusammengesessen habe mit Henning Fährlage und meinem Kumpel Benni Bräuning. Und Benni arbeitet bei DPA, habe ich auch davon erzählt. Und Benni meinte, ich müsste jetzt dringend mal die Mikrofone von DPA ausprobieren. Da habe ich gesagt, mach ich doch. Bei jedem Podcast, bei jedem Video habe ich ein Mikrofon von DPA auf, was ich mir selbst gekauft habe. Also ich muss mich nicht überzeugen. Ich bin Fan. Und er hat gesagt, ja, aber was die wenigsten wissen, ist, dass wir gute Instrumentalmikrofone machen. Und wusste ich tatsächlich auch nicht. Also ich weiß, dass die so Ansteckmikrofone für Violinen, für Gitarren und so weiter und so fort machen. Aber er hat mir ein komplettes Set von Mikrofonen für ein Schlagzeug zugeschickt. Blöderweise habe ich mal geguckt, was das kostet. Alter Schwede. Da habe ich auch mal geguckt. 4.500 Euro. Und wir müssen damit aufnehmen, weil jetzt will ich das auch wissen. Also es gehört nicht mir, ich schicke es ja auch wieder zurück. Aber ich will es dann doch wissen, was ein Mikrofonset für 4.500 Euro kann. Aber in dem Koffer sind auch zwei 2012 heißen, die DPA 2012, das sind Kleinmembraner. Und die sind auf derselben Ebene laut DPA von KM 184, von Neumann. Und die kosten auch das Gleiche ungefähr. Und jetzt hat mein Kumpel Uwe seine Martin bei gehabt. Wir wollten eine Akustikgitarre aufnehmen und der hatte zwei M130 bei von Bayer Dynamic. Die Bändchen, 8er Charakteristik und der wollte Blumlein aufnehmen. Also haben wir Blumlein aufgebaut und ich habe gesagt, spaßeshalber, lass doch noch die beiden DPAs mit aufbauen. Und haben dann eins so am Body, also eine Akustikgitarre am Body so Richtung Schallloch gerichtet irgendwie. Das war jetzt nicht ganz so cool, aber eher von der Position, nicht vom Mikrofon. Wir haben ein Mikrofon auf den Übergang zwischen Korpus und Hals, also irgendwo zwischen 12. und 14. Bund draufgerichtet. Und dann haben wir aufgenommen. Und dann haben wir damit rumgespielt, super Aufnahmen gemacht und dann haben wir aber mal dieses eine Mikrofon da am Hals Solo abgehört und das hat mich fast weggebraten irgendwie. Das war so toll, also mir fällt gar kein anderes Adjektiv ein. Es war, es hat die Dynamik voll aufgenommen, es war nix überspitzt, es war sehr realistisch, aber nicht nüchtern. Es war, es war wirklich, wo ich gesagt habe, den ganzen anderen Brimborium hier Blumlein und hast du nicht gesehen, den ganzen Scheiß hätten wir uns sparen können, wir hätten einfach nur dieses eine Mikrofon ausstellen müssen und fertig wäre die Laube gewesen und jetzt weiß ich nicht, ob das an der Gitarre gelegen hat oder am Mikrofon und deswegen werde ich das demnächst ausprobieren und habe gedacht, ich brauche die Kombination aus vielen Sachen. Ich brauche ja Fallhöhe, habe ich gedacht. Und dann, also ihr könnt ja mal drunter schreiben, ob mich das auch interessiert, weil mich interessiert das und ich mache ja hauptsächlich Videos über Dinge, die mich interessieren, dass ich ein Slate ML2 dagegen halte, weil damit haben wir ja den Sommersonnenfänger aufgenommen. Ziemlich vieles davon, ja, genau. Ziemlich vieles davon. Ich glaube sogar die Bassdrum haben wir damit aufgenommen oder die vielleicht nicht irgendwie. Doch, ich glaube tatsächlich auch die Bassdrum. Ich glaube auch die Bassdrum, ja, ja, ich meine auch. Ne, Toms waren die Schuhe, weiter die ja noch an der Hyatt hat das glaube ich gehabt. Die Akustikgitarre haben wir auf jeden Fall auch damit aufgenommen, obwohl wir neun Männer da gehabt hätten und so weiter und so fort. Aber ich habe dann gedacht, das wäre doch mal ein Ding, weil das ML2 von Slate kostet 150? 169, irgendwie sowas. So, die Ecke? Ja, 150, 200. Und da kann man ja diese Profile drauf machen, diese Emulationen, Fingerabdrücke von verschiedenen anderen. Softwareemulationen. Ja, sowas. Und dann dagegen aber dann mal das DPR 2012 zu halten, als Vertreter dieser Kategorie, gar nicht wegen des 2012, sondern weil das natürlich in der gleichen Range spielt wie das Neumann und bestimmt auch, ich weiß nicht, ob man Schöpf ist. Ne, Schöpf ist dann nochmal eine andere Preiskategorie. Also da hatte ich mal so einen Aha-Moment. Also schon mehrfach mit Schöpf-Mikrofonen. Weil ich für größere Produktionen im Orchesterbereich und so haben wir, mieten wir natürlich immer Instrumente dazu oder miete ich mal welche dazu. Wobei das klingt jetzt so, als wenn ich das so regelmäßig machen würde in letzter Zeit gar nicht mehr so oft. Aber früher sehr viel Orchesterproduktion. Und da gibt es einen Mikrofonverleiher, der ist jetzt leider, gibt es die Firma nicht mehr. Ich sage jetzt mal, aus welchem Grund auch immer. Ich weiß nicht, seit Corona auf jeden Fall gibt es die nicht mehr. Und die hatten wirklich, sagen wir mal, von Vintage, Sennheiser, MD421 oder so, bis dann wirklich die komplette Schöpf-Produktpalette. Okay. Da muss man aber schon ganz schön in die Tasche greifen, um das vorzuhalten. Ja, aber ich sage mal, das lohnt sich natürlich dann für die auch. Wir haben dann da im Schnitt, sagen wir mal, für so eine Produktionswoche, haben wir dann auch für fast 1000 Euro oder so Mikrofone geliehen. Andere machen das über die Thoman 30-Tage-Rückgabe-Geschichte. Das ist natürlich grenzwertig. Da bin ich aber dann tatsächlich nicht so der Freund von. Und wir haben tatsächlich bei der Hauptmikrofonierung, also Orchester, Hauptmikrofonierung, Stereo-Mikrofonierung, haben wir ein bisschen getestet mit zwei Pärchen Niere, also mit ORTF. Da hatten wir einmal Neumann 384 und dann eben diese Schöpf-Nieren. Ich weiß gar nicht, MK, wer heißt die Nummer? Ist doch egal. Wüsste jetzt nicht. Und dann haben wir nochmal das gleiche Pendant als Groß-AB tiefer im Raum hinten dann Kugeln aufgestellt. Auch Neumann 383 sind das ja, glaube ich, dann die Kugeln. Die Kugeln, ja. Die hast du doch, ne? Die habe ich auch noch. Und dann das Pendant von Schöpf dazu. Und da muss man dann ganz fairerweise sagen, da ist dann doch nochmal wirklich dieser finanzielle Sprung auch hörbar. Also muss man ganz klipp und klar sagen. Aber auch da wieder Anwendungsszenario nutzen. Ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo ich mit meinen Neumann 183 oder 184, ich habe ja ein paar Nieren und ein paar Kugeln, wo ich damit jetzt irgendwie kein befriedigendes Ergebnis... Letztendlich würdest du das wahrscheinlich mit dem ML2 auch... Also gut, ich wäre wahrscheinlich bei deinen Einsatzbereichen im Orchester oder so, würde ich noch sagen, okay, da lohnt sich das. Wenn ich jetzt an den Sommer-Sonnenfänger zum Beispiel denke, ob wir die Akustik-Gitarre jetzt mit dem 2012 aufgenommen haben oder mit dem ML2 hörst du unterm Strich... Aber beim Orchester würde ich vielleicht auch oder generell jetzt bei so, ob das jetzt ein Chor, Orchester, Ensemble, die Hauptmikrofonierung. Also wenn du jetzt sagst, ich mache hier Stereo oder ich mache ein Decca-Tree oder sowas, da würde ich jetzt mal behaupten, da kommt es dann wirklich in der Summe auf Nuancen an. Ja, absolut. Aber auch da, wenn ich jetzt eine Stütze an ein Instrument stelle oder so, ganz ehrlich, ob das jetzt ein Schuh-SM57, jetzt sagen einige Klassik-Puristen, das kannst du ja nicht machen, da verdrehst du ja völlig dann den Sound des Instrumentes mit. Ja, aber ich benutze es ja nur als Stütze. Der Hauptklang sollte ja dann trotzdem über die Hauptmikrofonie kommen. Ich möchte dann sagen, keine Ahnung, die Trompete soll da jetzt beim Solo lauter sein und dann forme ich mir das Signal ja sowieso am Ende, Und das SN57 ist ja nicht mal ein verkehrtes Mikrofon. Nee, dann forme ich mir ja das Signal sowieso, dass es sich dann wieder komplementiert mit der Hauptmikrofonie. Also von daher bin ich da gar nicht, sehe ich das gar nicht so, irgendwie das vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, in der Elbphilharmonie wird da sicher keiner ein SM57 hinstellen, was aber auch daran liegt, dass die wahrscheinlich im Schrank auch einfach 47 Schöpfs liegen haben. Aber der Zweck, halte ich die Mittel in dem Fall zu 120 Prozent. Aber bei der Hauptmikrofonierung würde ich immer sagen, genauso wie beim Schlagzeug, das most underrated, würde man ja heutzutage sagen, immer overheads. Ja, okay, Becken. Was hängen wir da drüber? Irgendwas. Irgendwie Becken und so. Aber ganz ehrlich, wenn du mal dir Mühe gibst bei overheads, auch was Phase angeht, gut, jetzt sagt Vincent wieder, ja gut, kann man ja nachher noch regeln, ja, kann man auch vorher mal kurz gucken, geht auch schon mal, bin ich der Meinung. Und wenn du da wirklich schaust, dass du damit das Schlagzeug gut einfängst, selbst wenn dein Raum nicht so toll ist, aber wenn du das schon mal machst, weil nachher die Bassdrum, ob du da jetzt ein Audix, ein AKG, ein Schuh reinlegst und das macht Roms bei 60 Hertz und du bist nachher mit dem Roms nicht zufrieden, jetzt werden auch wieder einige sagen, oh, was labert der Schüler da, ja, dann packst du halt ein Sample drauf und dann macht das halt Roms. Ja, wirklich, aber du kannst doch niemals über Samples diesen Gesamtklang des Instrumentes, was ich gerade die ganze Zeit im Kopf habe ist, du kannst die beste Overhead-Mikrofonierung ausrichten, draufhängen und drüberhängen, wenn der Drammer nicht in der Lage ist, sein Schlagzeug vernünftig zu spielen und einfach alles kaputt kloppt oder sonst was irgendwie oder einfach auf die Becken draufwämmst, sodass du nur noch Becken auf den Overheads sagst und nichts anderes vom Rest irgendwie, dann ist das vollkommen Wumpe, was du da oben drüber hängst. Es hängt natürlich auch mit dem Instrumentalisten zusammen. Du machst das so wie Metal, dann machst du wirklich überhaupt keine Overhead-Mikrofone mehr, sondern machst wirklich Becken-Mikrofone, dann kriegst du aber auch jedes Becken-Mikro. Ja, aber wird denn im Metal, also im Studio-Bereich, wird da Roms überhaupt noch aufgenommen oder werden die nicht sowieso schon programmiert von vornherein? Nee, also da wird schon noch, in einigen Bereichen wird schon noch auch, du hast aufgenommen, ja, ja. Weil der stellt zumindest sicher, dass der Drammer dann live auch in der Lage ist, das zu spielen, was sich sonst der Produzent ausdenkt, weil wenn du da irgendwelche so Maschinengewehr, Bassdrum-Gewitter hast, irgendwie brr, 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 das ist doch hier der Klassiker, wie heißt denn nochmal, dieses Gitarrenprogramm, womit du die, äh, womit du die, die Tabs, so, auch so Demos dann produzieren kannst und so, ach, wie hieß das denn nochmal? Keine Ahnung. Ihr wisst es, schreibt es, schreibt es, wenn ihr bei YouTube seid, in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Wie hieß das nochmal? Das ist so ein, da konntest du dann so, 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 so Tabs notieren und das benutzen, ach, das benutzen ganz viele Gitarristen auch, um so Songideen oder Vorproduktionen zu machen und da kannst du dann auch so, so ein Schlagzeug zu programmieren und so und das ist dann immer so der Klassiker, dass der Gitarrist dann, äh, da irgendwelche wilden Sachen programmiert, wo der Schlagzeuger acht Arme und vier Beine verbraucht, okay, ähm, meine Güte, Gitar, wie hieß denn das nochmal? Das fällt dir gleich bestimmt ein, aber wir haben ja gerade... Dass du das nicht weißt. Was hab ich denn mit Gitarre zu tun? Das ist viel schlimmer, dass du das nicht weißt. Also diese, erst mal, Tabs sind ja für alle Leute, die Noten lesen können, also für dich, ne, Tabs sind ja so Tabulatur, das ist, eigentlich heißt, Notenlesende nennen das Blindenschrift. Ich find das auch ganz strange. Ich kann das auch nicht lesen, ehrlich gesagt. Ich kann das genauso wenig lesen wie Noten irgendwie und wenn ich dann so wie gestern Abend da sitze und mir für einen Song irgendwie Gitarren ausdenke und so weiter, da sitze ich ja nicht mit einem Blatt Papier oder sonst was irgendwie, sondern, ne, ich drücke so lange irgendwelche... Erstmal Notenschlüssel mal, irgendwelche Seiten, Vorzeichen, bis das irgendwie gut klingt und wenn das gut klingt, dann merke ich mir das und dann nehme ich das auf und danach kann ich das wieder vergessen, weil wenn ich das das nächste Mal aufnehmen will, kann ich mir wieder anhören, was ich aufgenommen habe. So, das ist eine schöne moderne Welt. Aber wo wir gerade über Drumset gesprochen haben, das bringt mich zu unserer Lieblingskategorie, nämlich der Kategorie Black in Blue and Sun. Weil das, was du gerade gesagt hast, tatsächlich war, man kann eigentlich eine ganze Menge mit Samples wieder gerade biegen. Bei Klaus, Mike. Ja, bei Drums auf jeden Fall genau. Ich gebe dir vollkommen recht, dass die Overheads, dass sie eben nicht die Lupe auf das Instrument sind, sondern dass sie das gesamte Instrument zeigen, also nicht die Lupe auf die einzelnen Trommel, sondern das gesamte Instrument im Raum abbilden von oben und daher natürlich extrem wichtig sind und wenn ich Drums mixe, mache ich Bassdrum, Snare und dann die Overheads und der Rest kommt dann irgendwie dazu oder auch nicht. Und bei den Drum Samples ist es tatsächlich so, dass unser Plugin heute für mich Dauergast dann letztendlich geworden ist, weil es gibt Leute, die arbeiten dann, in Logic kannst du zum Beispiel eine Erkennung machen von den einzelnen Noten, die du auf der Bassdrum-Spur zum Beispiel drauf hast und dann macht dir Logic quasi direkt da drunter eine MIDI-Spur und dann kannst du quasi in den Sampler kannst du direkt was reinwerfen. Ist super praktisch. Ich benutze aber gerne Slate Trigger 2 und das ist das, also 2 muss man sagen, ich erinnere mich gar nicht mehr an den Unterschied zu 1 irgendwie. Gab's den? Ich weiß gar nicht, es würde mich nicht wundern, wenn Steven Slate direkt mit Version 2 rausgekommen ist, einfach nur um klar zu machen, hier Legende, wie damals die Amigos. Weißt du noch, als die Amigos mit ihrer ersten Platte Erfolg hatten, dann stand da drauf 40 Jahre Amigos oder so anything. The very best of und die sind ja eigentlich, soweit ich weiß, auch nur erfolgreich geworden, weil die über Teleshopping so richtig gut verkauft wurden. Yes. Und deswegen 30 Jahre Amigos oder 40 Jahre Amigos, the very best of. Vielleicht gab's die ja auch schon so lange. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gab's die sogar auch schon so lange irgendwie, wobei man die ja heutzutage auch gar nicht mehr von Sissi Top unterscheiden kann, also optisch zumindest. Auf jeden Fall Trigger 2 ist tatsächlich für mich ein Dauergast auf dem Bassdrum und auf dem Snare-Kanal geworden, weil das zum einen den großen Vorteil hat, dass man natürlich jede Menge Samples reinladen kann, die man parallel und perfekt zeitlich auch getriggert auf das Signal draufpacken kann. Ja. Und auf der anderen Seite, ich hab eine ziemlich geile Drum-Library mir mal irgendwann gekauft, Black, vergessen wie die heißt, irgendwie Black Dingsbums irgendwie, da sind sechs oder acht Drum-Sets irgendwie, ein Gretsch, ein Pearl, einen hast du nicht gesehen und verschiedene Snairs und so weiter, kannst du alles reinladen, Yamaha-Drum-Set und da kannst du dich schön durch... Blackbird. Blackbird, genau. Das ist das Blackbird Expansion-Set oder so. Ja, hab ich schon mal gelesen. Sensationell. Also hätte ich nicht gedacht, hab ich mir mal irgendwann gekauft, auf welch ich eine Session öffnen musste und da waren die Blackbird-Samples drin, die hatte ich nicht, also hab ich mir die gekauft, reingeladen und erst mal in Nebenluft gezogen. Blackbird ist ein Studio, ne? Ja, genau. Und die sind in dem Blackbird-Studio... Ja, ja, und die haben dann da irre viel aufgelegt. Ich hab jetzt nur ein Pack gekauft, aber das war schon so gut, dass ich gedacht hab, ich brauch gar nichts anderes mehr. Da ist alles bei, was ich haben will, alle Dynamikstufen drin und so weiter und wie gesagt, der wichtigste Regler ist halt der Mix-Regler am Slate-Trigger, dass du eben, wenn du auf Null stellst, hast du die Originals näher, Bassdrum und sonst was irgendwie und kannst dann mit dem Mix-Regler regeln. Wenn du es jetzt nicht parallel über den Fader dazu schieben willst. Oder wenn du die Blackbird jetzt zum Beispiel nicht hast, die Expansion, es gibt ja auch von Slate ein paar Expansions. Ich hab mir mal irgendwann von Warren Hewitt von Produce Like a Pro, der hatte mal so ein Sample-Pack, wie jeder irgendwo ein Sample-Pack hat, außer ich, ich hab kein Sample-Pack. Ich auch nicht. Lass uns eins machen. Ja, wir machen ein Sample-Pack. Komm, wir machen ein Sample-Pack. Oh Gott. Hallo. Sample-Pack ist 2000er. Verkaufen das aber nur über MySpace. Ja. Und ich über mein Studi-VZ. Genau, dann mach ich Schüler-VZ. Ja. Und dann darf ich dich auch gruscheln, oder? Gruscheln? Gruscheln. Hieß das gruscheln? Ja, gruscheln hieß das. Grüßen und kuscheln. Ach, zu jedem. Ich dachte, anstupsen. Ah, nee, das war bei Facebook, ne? Keine Ahnung. Gab's auch mal. Fühlt euch hiermit alle angestupst. Auf jeden Fall hab ich mir da, das war, glaube ich, wie Warren hatte irgendwie in irgendeinem Video von vor x Jahren mal gesagt, irgendwie hier, das sind meine Drum-Samples, die ich eigentlich nahezu in jedem Mix benutze. Hab ich gedacht, naja, gut, kostenlos, nimmst du mal runter. Und tatsächlich sind da so ein paar, da ist eine Snare zum Beispiel dabei gewesen, die heißt Shotgun. Also die macht, die klingt wirklich wie, also jetzt nicht wie ein Schuss, aber die hat so diesen Nachhall hinten dran, so. Die ist richtig lang. Dann ist ein Sample, das heißt 100 Hertz. Einfach im Sinuston kannst du dazuschieben. Und so verschiedene andere Sachen, die man tatsächlich einwandfrei nutzen kann. Die könnte ich jetzt auch, wie gesagt, bei Logic einfach mit dieser Replace-Funktion und Sampler benutzen, bei Studio One geht das auch, bei Q-Base auch. Bei Impact, genau. Aber wie gesagt, der Trigger ist draufschmeißen, Samples kurz durchhören. Also es ist wirklich, wenn man über Workflow redet, und ich meine, das sieht ja wirklich aus wie aus dem letzten Jahrtausend. Ich habe dich ja eben schon gefragt, gibt es da eigentlich mal ein Update irgendwie. Also da, aber warum anfassen? Ich meine, es funktioniert ja. Letztendlich ist das wie der Oxfald Inflator. Sieht ja auch kacke aus, aber macht, was er soll, ne? Ja, das stimmt schon. Aber was ich an dem Trigger 2, ich besitze ihn tatsächlich auch. Ich habe den natürlich schon länger nicht mehr benutzt. Aber ich besitze ihn natürlich auch. Ich finde das auch cool, dass du den, das ist ja wirklich ein Plugin, das ist ja dann kein Sampler, keine Instrumentenspur, die du anlegst. Das kommt in den Insert rein. Du kannst wirklich einfach sagen, du hast von mir aus dein, auf deiner Snare hast du schon dein EQ, du hast schon deinen Kompressor oder was auch immer drauf. Dann kannst du sagen, ja, ist gut. Irgendwas fehlt. Aber irgendwas fehlt und dann baust du nicht noch eine extra Spur, die musst du dann wieder in den gleichen Hall reinruten oder in den Drumbus. Ja. Und dann packst du es drauf, suchst dir dein Sample, sagen wir mal, du hast jetzt eine Snare, die irgendwie vielleicht ein bisschen zu, zu, zu kurz, ein bisschen zu knackig sozusagen ist und du willst vielleicht ein bisschen mehr Buddy, nimmst dir irgendwie so eine richtig Tiefe und machst einfach nur über den Mixregler 10% rein und lässt aber alles andere, das Routing, das geht, das finde ich total sexy. Vor allem ändern sich dann deine Mixverhältnisse nicht. Du machst einfach, nutzt es quasi eher so als EQ mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie oft ich da, ich habe so eine richtig fette Black Beauty da drin als Sample, die schiebst du einfach dazu und dann hat die Snare sofort alles, weil diesen, diesen gelernten, modernen, knalligen, fetten Snare-Sound, den du aus den modernen Produktionen kennst, den kannst du, also wenn, da musst du schon wirklich gut aufnehmen und gutes Drumset haben, eine gute Snare, einen guten Drummer und so weiter. Diesen Sound hinzukriegen ist schon, und wenn du den dann halt einfach separater zuschieben kannst, geht ja nicht um ersetzen, kannst du auch, aber musst du nicht, ne? Auch. Aber, ja, wenn du zum Beispiel eine Snare hast, die so viel Hi-Hat-Blead eingefangen hat, dass du quasi nicht damit arbeiten kannst, ist das Gold wert, das Ding. Definitiv Gold wert. Das ist natürlich auch Genres, da ist es einfach unabdingbar, mit sehr, sehr vielen Samples zu arbeiten, wo wir jetzt über Metal gesprochen haben, wenn du halt super, super schnelle Passagen hast oder sowas, in der Snare, da kann der Drummer einfach eben auch nicht für jeden Schlag die Energie aufbringen, die es dann braucht, bei einem sehr, sehr hohen Tempo jetzt oder sowas, da musst du dann natürlich schauen, dass du die Klarheit und die Transparenz dir dann über die Samples holst. In dem Zusammenhang, weil wir auch schon wieder gut fortgeschritten sind heute, in der Stunde, noch meinen Senf zu dem Trigger, das Geile ist ja auch, du kannst ja auch deine eigenen Samples da reinbringen. Ja, absolut. Und die Möglichkeit unterschätzen tatsächlich ganz, ganz viele Leute, mit denen ich spreche und deswegen biete ich auch fast immer, wenn ich Remote Production, also wenn ich hier Drums aufnehme für andere, dann biete ich eigentlich auch immer mit an, dass ich auch Samples aufnehme für die. Ja, super. Und das haben wir, das habe ich in der Vergangenheit bei einem Studio, wo ich quasi noch unter anderem Namen dann, also unter anderem Studionamen im Kollektiv mit drei Leuten gearbeitet habe, haben wir das bei jeder Produktion, egal ob das Orchester oder Heavy Metal war, wir haben immer, und zwar wir, nicht der Drummer des Künstlers oder so, wir haben dann, sobald das Schlagzeug abmikrofoniert war und so, haben wir Samples aufgenommen. Wir haben wirklich die Snare in vier, fünf, sechs Dynamikstufen mit Rimshot, Rimshot, Rimsklick, alle Toms, die Bassdrum, natürlich immer alle Mikros an, ist ja klar, Raummikro an, Oberhandmikro an, haben wir eigene Samples und dann hast du quasi wirklich nachher auch den Sound, den, weil, ich kann das verstehen, wenn da jetzt ein Schlagzeuger von einer, sagen wir mal, weltweit renommierten Heavy Metal Band kommt, mit seinem DW, keine Ahnung was, der sagt natürlich, ich möchte natürlich den Sound, den ich jetzt hier habe, weil ich weiß, was ich tue, ich weiß, wie ich die Bassdrum stimme, damit sie so klingt, wie ich sie haben will, kann ich natürlich verstehen, dass der dann sagt, ich möchte den Sound haben. Ja, außer Frage. Und das ist total cool, ganz, ganz einfach, gibt es auch hunderte Tutorials mittlerweile zu, glaube ich, bei YouTube, wie du deine eigenen Samples in diesen Trigger reinbekommen kannst, wie du das anlegen musst, ist dann so ein bisschen komisch mit diesem Dateiformat und so, aber da gibt es ganz einfache Wege, das zu tun, also scheut euch da auch nicht, wenn ihr vielleicht selber auch Drums aufnehmt oder sowas und mit Samples arbeitet, einfach mal eigene Samples und viele, glaube ich, denken jetzt, boah, das ist ja total der Aufwand, naja, du gehst, setzt dich halt hin, einmal spielst du, dann haust du halt, keine Ahnung, zehnmal laut auf die Snare, zehnmal mittellaut und zehnmal leise, dann machst du noch zehnmal einen Rimshot und dann suchst du dir den schönsten oder die schönsten raus, dass du noch so diese, diese Alternativen hast, also dass du nicht immer nur den gleichen Sound hast und dann gibt es da wirklich ein Workaround, also eine einfache, relativ einfache Methode, das dann einzubauen und dann hast du deine eigene Samplepack und also gerade, wenn du dann mit dem Drumset in dem Raum an der Stelle auch, ne, sag ich jetzt mal eine Band, die sich vielleicht selber produziert oder so und dann, oh scheiße, die Toms klingen schon wieder anders wie vor zwei Wochen oder sowas, ne, kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut mit arbeiten. Wieso ganz oft? Also ich tue mich mit Toms auch schwer, ne, also ganz oft klingen Toms bei mir einfach nur nach Pappe und diesen... Ganz viel daran an der Mikrofomposition. Tatsächlich, also ich sehe das auch immer wieder, wenn ich selber als Drummer irgendwo spiele und werde abmikrofoniert, dann weiß ich schon ganz genau, ja okay, also ich weiß, wie die Toms so klingen werden, weil wenn du natürlich die, das Mikrofon auf den Hitpoint, also dahin richtest, wo der Schläge, wo der Stock aufs Fell kommt, ja ist ja klar, was der dann aufnimmt, der nimmt ja nur das Pack auf und natürlich kann da nicht mehr viel Ton sein, ne, umso näher du dann zum Rim, also zum Spannreifen gehst, umso weniger Attack und umso mehr Ton Sustain hast du natürlich nachher, also da auch, ja ich hab da schon so viel, das kannst du dir nicht vorstellen, was wir früher auch mit der, mit der, damals mit der Band und so, was wir getestet haben, alles an Mikrofompositionen. Aber das zeichnet euch aus, weil das ihr euch die Zeit genommen habt, weil die meisten stellen Mikrofon auf und sagen, ja muss ja klappen, ja, aber wenn du dann überlegst, dass der Unterschied zwischen einem SM7B und einem, weiß ich nicht, SM57 oder auch einem SM58, was gar nicht so groß ist, wenn du es an der Stelle hinstellst, wo du den Sound rausbekommst, den du am Ende haben willst. den Sound auf, den du hören willst. Genau und das liegt dann nicht daran, ich hab aber keinen MD421, so wie das Studio, ich hab nur ein SM57, stell das aber mal so hin, wie du es auch haben möchtest, wenn das klingt aber pappig und hat nur Attack irgendwie, ja dann stell es halt mal näher zum Spannreifen, und mal fünf Zentimeter weiter vom Feld weg. Ja, ist auch oft das Problem, dass das Solo-Produzenten, die selber Drums spielen, die die Zeit nicht nehmen. Ja, oder auch die Möglichkeit dann nicht haben, die gucken nur nach den Levels, nach den Regeln. Passt schon, irgendwie, den Rest mach ich mit Samples, ne? Also, geht natürlich auch so, ne? naja, also das auf jeden Fall, Slate Trigger, finde ich ein sehr hilfreiches Tool, das einfach wirklich bei mir auch nahezu bei jedem Mix zum Einsatz kommt, und zwar egal, wie gut die Drums aufgenommen sind. Außer wenn ich gespielt habe. Irgendwo, außer wenn du gespielt hast natürlich, weil bei dir... ausschließlich, da wird's nachprogrammiert, das Schlagzeug. Wenn der Herr Schlüter mal wieder seinen Arm nicht eingipsen möchte für die Achtel, auf jeden Fall, so ist man sicher. Ja. Das haben wir auch lange genug gequasselt heute wieder, oder? Ja, vor allem ist die Kamera ja zwischendurch ausgefallen, also von daher, das ist ja schon ziemlich doof. Ja, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr uns das verzeiht. Also, wenn ich uns sage, meine ich natürlich Jonas, weil er hat natürlich den Fehler gemacht mit der Kammer, nicht ich, also. Von daher, es tut uns auch sehr leid, dass wir keinen, keinen Fußballspieler für die EM heute nominiert haben, weil leider haben wir uns entschlossen, den Podcast wie gewohnt sonntags auszustrahlen und nicht schon vor Donnerstag. Ja. Das heißt, die großen Schecks haben wir leider vom DFB zerrissen und wieder zurückgeschickt, aber ich hoffe... Also, die Tränen bei Herrn Schlüter sind auf jeden Fall getrocknet seitdem. Das ist alles okay. Ja, ja, genau. Aber jetzt wisst ihr ja, dass Lola Matthäus wieder dabei ist. Nee, Quatsch. So, in diesem Sinne, schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagen wird. Ein Computer behebt nur Probleme, die man ohne ihn nicht hätte. So, in diesem Sinne. Genau, wir sehen uns in zwei Wochen. Bis dahin, dann mach's gut. Yesas. Ciao. Ah, schön. Das ist ein Parameter wieder vergessen. Letztes Mal der Mute-Knopf, dieses vorletzte Mal. Aber was ist wirklich jetzt nur dieses Temperature-Ding? Es ist tatsächlich das Temperatur-Ding, wobei, das machen die einfach nur, damit die sagen können, ja, hast du auf eure eigene Gefahr hochgestellt. Wenn sie jetzt kaputt geht, sind wir nicht schuld. Und die haben immer schon dieses Problem gehabt, wenn die intern aufnehmen. und man konnte das nach einem Update dann beheben mit diesem, dann stellt man halt nicht auf Standard-Abstelltemperatur, sondern auf hohe Abstelltemperatur. Es ist noch keine Kamera von kaputt gegangen, aber man muss es einmal einstellen. Und ich hatte alles eingestellt, nur irgendwie.